So, herzlich willkommen zurück Und es geht gleich los hier Ich kann noch nicht mal mich hier richtig einfinden Gleich im Kampf hier Letzte Folge, da hab ich ja auch Wollte ich Schluss machen und da wurde ich noch überrascht Mein Gott Oh Was haben wir denn da Schönes? Komm ich da rein Ich bin da auch noch rein Da ist noch ein Midi-Kids Ja, Midi-Kids brauche ich auch Merke ich gerade, ich habe nur noch 6 Ah, da wäre noch ein Anruf Hören wir den zuerst ab Ja, so Sie haben eine neue Nachricht Erste Nachricht von Alice Waite Hi, Alice Waite hier Ich wollte nur kurz einen Statusbericht abgeben Wir vergleichen immer noch Daten Aber was in Obern passiert ist lag nicht an den üblichen sozioökonomischen Faktoren Da steht mal fest Es kam zu dem Niedergang, weil die Leute die Gegners anderen Gründen gemieden oder verlassen haben Die wir in unserer Präsentation aufzeigen werden Noch etwas Soweit wir wissen fing alles vor etwa 20 Jahren an Ich sage Ihnen Bescheid, wenn wir ein klareres Bild haben Danke Ende der Nachrichten Was, schon vor 20 Jahren? So lang Boah, hätte ich nicht eingeschätzt Ging's hier? Ja, ich glaube das müsste die Tür sein, genau So, Midi-Kids Hängen wir in 7 Stück wieder Da war nichts, ne Oh, noch ein Midi-Kids, super Was flackert das Licht hier so komisch Da ist ein Telefon aber Genau, schade Hm Ganze Soldaten sind auf einmal weg Ich dachte, da kommt jetzt noch was Oh Verdammt Was habe ich denn für Waffe? Ach, stimmt Ich hatte ja die noch Schon wieder ganz vergessen Mein, mein, mein Mann Ja Gibt's hier sonst noch was? Nö Mal sehen Gehen wir jetzt als erstes lang Oh, da ist immer ich hierher gekommen Mein, Gott Muss das immer so Geräusche machen Ja, stimmt Ach, auch in Tieren hier Sieht doch alles gleich aus Ich glaube, hier geht's noch weiter Oh Oh Da ist einer Booyah Stirbt Das ist ein scheiß Ding Kann man leider nicht kaputt machen Scheiß Wie soll man sagen Äh, Kamera So hieß Das Wort Habe ich gesucht Muss ich da rein? Das ist scheiß schlicht Es geht gar nicht anders Meine Nachladen Habe ich noch gar nicht Da ist was zugera... Okay Da ist noch ein Medi-Cuts Nehme ich natürlich gern mit Ah, da ist noch ein Laptop Da kann ich noch mal was hochladen Ah, und da haben wir doch Wieder vollzählig Unsere Sammlungen an Medi-Cuts Da kann ich bestimmt Ja, genau Kann ich wieder was hochladen Mal sehen Das ist interessant Als die Origin beendeten Haben sie offenbar nur die Tür abgeschlossen Und den Schlüssel weggebrannt Einzelheiten hätten keine genannt Aber offenbar war es gefährlich Sich dort aufzuhalten Ob es vielleicht Eine Art von Chemieunfall Oder so gegeben hat Chemie Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen Irgendwas Schlimmeres Obwohl Chemie kann auch schlimm sein Ne, da war kein Telefon Gut Hm Boah Boah Ah Alter Das hab ich jetzt nicht erwartet Man Ist die da rumgekrabbelt Boah Hab ich wieder Gänsehaut gekriegt Wie eine Kakerlager Und keine Ahnung Boah Boah Outsch Das tat weh Hat der mir voll Eine Schrotflintenladung verpasst Na, der hat sich versteckt hier Und nochmal Hä Was ist denn jetzt wieder? Ach Du Dummer Penner Immer abgewartet Wenn ich Och Leck Nochmal heilen Besser Falsche Taster Scheiß Schrotflinte Ja Es wechselt sich ja jetzt ab Einmal Schockmoment In einem Moment schon wieder Kampf hier Ich bin hier drüben Genau Das wird dir aber nichts nützen Ist da noch einer? Ähm Da Lampe Da ist noch die Waffe Natürlich Oh, da kann ich wieder was aktivieren Habe ich aber eigentlich keine Lust zu Und noch was aktivieren Und Waffen Uiuiui Nehme ich natürlich alles an mich Was geht Das andere geht natürlich nicht Oh, Rüstung Nett, nett Jetzt kann ich da aktivieren Ach, irgendwelche Feuertüren oder so Und da Kann ich da Geschütz wieder spielen? Tatsächlich Überraschung Ne, welche mache ich zuerst Die möglichst nah sind Bam So So So, da Feuer Alter, die zerschönsgleich Irgendwo habe ich da noch einen gesehen Genau da Alter Das Ding wäre fast kaputt gegangen War aber auch ganz schön heftig Sieht ja nett aus hier Aber wir werden, wenn wir da gleich hinkommen Dass wieder welche auf uns lauern Obwohl ich gedacht habe, ich hätte alle erwischt Verstecken sich immer noch welche Irgendwo habe ich jetzt hier die Feuert Oh, Checkpoint Gefällt mir nicht Immer ein Checkpoint Ah, da kann ich jetzt durch wohl Aber da bin ich doch eh hergekommen Irgendwo anders war noch eine Feuertür Die zu war Feuer Ah, hier Genau Da habe ich eben die Soldaten auch abgeknallt So wie es aussieht Mann Da fahren wir auch einige Ich weiß es wüsste Geht es da weiter oder da? Hm Gute Frage Ja, ich werde es herausfinden Was ist denn das für eine Musikerweil? Hey, mach mir nichts an Oh Da sind die nächsten Gegner Durch die Scheibe Wow Nein Schon wieder einer von denen So, Granate Habe ich den jetzt erwischt? Autsch Autsch, Autsch Dieser Penner, der verträgt eindeutig zu viel Er wird immer noch Ah Ja, hat er gelebt jetzt Mein Gott, sind die immer so hartnäckig Die Verstärkung wird ja nicht nützen Ich glaube, ich musste erstmal da oben Ähm, da geht es noch wahrscheinlich auf das Ampo da Ampo, sagt man das? Eine Tribüne So Aber vielleicht ist da was, äh, irgendwie Neue Leben, keine Ahnung Gucke ich natürlich nach nochmal Vorher Ob hier irgendwas noch zu finden ist Bis auf die Waffen hier Hä? Kann ich nicht einmal aufnehmen Ich werde Maximum noch nie haben Gibt es das? Das hatte ich ja noch nie Tja, tatsächlich Kann ich nichts mehr aufnehmen Aber hier ist auch wirklich nichts Ich habe jetzt gedacht, da wäre vielleicht was Ne, ne, egal Hat ja nicht lange gedauert zum Glück Gut, kümmer uns um den Typen Da war doch noch einer Zumindest habe ich da eben noch einen gehört Der Verstärkung gerufen hat Ah, ja, genau So, wieder da Schön ein bisschen Ja, ja, Muni Ne, ne Medikit Mein Gott Mir fehlen mal wieder Immer die Worte hier Gut Ja, dürfte ich alles abgegrast haben Blöde Dosen, ey Mach mich nicht nervös hier wieder Au Hallöschön Au, au Da unten noch Der noch Au Au, au, au Da war noch einer Ich habe dich doch gesehen Kannst dich nicht von mir verbergen Ja, ja, genau Dich meine ich Oh, fuck Jetzt ist er ja genauso weiter Au, au, au Mein Gott Was da immer Wo kommen die ganzen her Das gibt es doch gar nicht Wow, was war das für ein Sprung Auf jeden Fall nehme ich da mehr Ah, das Reflexe, genau Hallo Überraschung von der Seite Gibt es ja immer noch Und was Habe ich jetzt endlich mal Ruhe ein bisschen Ich werde mich hier ein bisschen umgucken Dankeschön Jetzt kann ich auch wieder aufnehmen Jetzt habe ich ja einiges wieder verballert Baller, baller Was sind die doch hier alle 310, ich habe eben noch 410 gehabt Oder 405 Immer alle Augen offen haben Überraschen mich ja gerne Oder ich übersehe besser gesagt Mit gerne Leuten Ah Nett Werden wir mal schön versorgt hier Das ist aber echt abartig Das ist ja voll ungewöhnlich So viel Medi-Kids Hä Anscheinend in dem Raum ist noch einer Oh, da, da Das tat mir weh Und da ist noch einer Hä Da So Du Kannst auch sterben Gehen Ich, du bist entlassen Oh Taschen habe ich mal wieder angelassen Gut So langsam habe ich es da raus hier Oh Medi-Kids Äh Medi-Kids Mein Gott Ich meine natürlich Ähm Wie heißt Kevlar Sag ich mal Sicher Ähm Kugelsichere Weste So Kann man es auch Besser nennen Offizielle Bezeichnung Sag ich mal Hä, wo gibt es denn da hin Ah, da geht es nur raus Da springe ich besser wohl nicht raus Aber irgendwo unten war doch noch ein Weg Oder war das hier Genau hier Eher mal gucken noch Aber ich glaube hier ist sonst Ah doch Doch, doch Da sind noch zwei Rüstungen Boah, jetzt habe ich wieder alles voll Und zwar noch rüstungsmäßig Und da ist noch ein Raum Oh, geht nicht weiter Okay Ich gehe da weiter Ab über das Sofa Da mal weiter gucken So dunkel Immer mal wieder irgendwo das Licht kaputt ist Echt mal Ah Das war wohl Deswegen Wow 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 Das sind andere Komm schon Komm doch noch Boah Da nervt mich schon wieder eine Fliege hier Kommt ihr mal her Ja Ja, ich habe dich gesehen Mir entgeht nichts mehr Oh Oh, 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 oh Nein Nein Sag mir, dass es nicht wahr ist Schon wieder ein schwerer Trubber Au Au Was willst du jetzt Das war nicht nett Okay Okay Oh, da ist er doch noch Ich sehe dich doch Ich sehe deinen Schatten Zack 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 Komm schon Ha Hab ich dich Äh Stimmt doch Hm, da hat irgendjemand noch gesprochen Jetzt muss da noch einer leben Boah Alter Hab ich mich aber wieder erschrocken Du Penner Schon wieder so ein scheiß Schrotflinttyp Irgendwie die Übersehe ich immer am meisten Oder keine Ahnung Oh Oh Noch mehr Leben Nice Hätte ich erst gewusst Hätte ich mir ein Millikit sparen können Weil soweit ich weiß Lädt ich einen dann nochmal auf So, hier war Da auch noch Genau Oh Oh Ich hab ja voll Leben und alles Gibt's das nochmal Zu viel hier Ah, der hat nochmal die Waffe Hab ich die nachgeladen Ja, hab ich Hab ich natürlich die noch Die ist zwar gut gegen normalen Gegner Aber irgendwie Gegen den schweren Truber Sag ich immer Naja Ist er für mich halt Ähm, ist er nicht so effektiv Oh Komm, muss das Sehe ich doch was Keine Ruhe hier Von den Typen Ah, ich hab immer noch zu viel Naja, komm Hier hat sie ein Leben Was soll's Soll der Gats Wenn man so viel geleben hat Hä? Hä? Wo sind die Weiße Die Granate hergekommen Oh Aschloch Wenn ich das mal sagen darf Das ist doch bestimmt noch einer Oh ne What Der hat so'n Speichern Der hat so'n Scheiß Wie heißt es Die hier Dann machen wir mal hier Mit gleichen Waffen Wow Ja, ist ja gut Au Zum Glück tötet mich das nicht Genauso Wie die Gegner Mit einmal Macht aber verdammt viel Damage Äh Ah, ist tot Alter Kein Wunder Dass ich so viel Medikets gekriegt hab Jetzt kann ich halt noch mal einsammeln Wo war's denn? Die sammle ich mir grad noch mal ein Ähm Irgendwo war doch hier noch Ne? Hier nicht? Wo war's denn? Irgendwo war doch noch ein Mediket Ah, genau Zumindest eins mal noch Habe ich ja mal neun Stück Ja, das ist alles noch mehr So, genug Hä? Mehr erstmal brauchen Gut Aber Das wär's eigentlich schon wieder Für die Folge Nehm ich natürlich noch auf Ah, da haben wir wieder voll Alles Perfekt So soll's doch sein Hab ich mal auch noch mal Ein bisschen Muni gekriegt Ja, ich würd Oh Wer da sein wird Werde wird das wohl sein Ich glaub wir wissen alle Wer das sein wird Aber das finden wir erst In der nächsten Folge raus Ja, wie ist der Gläffinger Aber das gehört dazu Weil, ähm, ja Es reicht Und Es ist schon spät für mich Ich muss ins Bett Also Bleibt dran Und seid gespannt Welche Frau wir dir gerettet haben Und Bis dann Tschüss Bis dann Bis dann Bis dann